Bevor wir mit dem Video beginnen, wollte ich eine kleine Spoilerwarnung rausgeben und zwar wurde ich zu einer bestimmten Sache aus One Piece Kapitel 1038 gespoilert, wobei ich selber nicht weiß, ob dieser Spoiler zu 100% stimmt. Es ist so freundlich, wurde auf Instagram und sogar per E-Mail angeschrieben, dass irgendwas mit Zorro geschehen sein soll, dass er im Sterben liegt und dass ein Sensenmann vor ihm steht, der eine sehr große Sense hat und ihn sogar angreift. Das Ganze hat mich natürlich sofort wachgerüttelt. Ich habe mir gedacht, komm, ich lese mir die anderen Spoiler nicht mehr durch, also den Rest der Spoiler. Ich wollte jetzt nicht extra nochmal nachschauen, ob dieser Spoiler stimmt. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, weil mir sehr viele Leute dazu geschrieben haben und deshalb wird es heute meine Meinung dazu geben, wer eventuell vor Zorro steht und natürlich, ob das Ganze mit einer Sache zu tun hat, die ich in Vergangenheit schon mal angesprochen habe. Aber es geht um Joy Boy und Ryuma, meine Freunde. Deshalb, falls euch meine Videos gefallen, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Eiichiro Oda haut eins nach dem anderen raus. Nicht nur, dass der Krieg in Onigashima sehr spannend ist mit seinen Kämpfen, nein, das Ganze, was in der Außenwelt passiert, ist nochmal um einige spannender. Das ist die Würze, die immer mal wieder in anderen Animes fehlt, aber Eiichiro Oda macht das hier speziell und natürlich kann er hier einiges nachholen, was er in vergangenen Arks versäumt hat. Dass wir im letzten Kapitel die Gorosei gesehen haben und die Ankunft von Tsunisha hat nochmal angedeutet, dass am Ende dieses Arks einiges rund um Joy Boy erklärt werden konnte. Wir wissen ja, dass Tsunisha eine Strafe bekommen hat von irgendjemandem, da er etwas verbrochen hat. Wer genau diese Person war, wissen wir bis heute nicht, aber es ist sehr stark davon auszugehen, dass es Joy Boy war. Außer ihm kommt nur noch Imsama in Frage, aber ich kann nicht verstehen, warum Imsama einen Elefanten befehlen sollte, die ganze Zeit herumzulaufen und das für tausende Jahre und auf seinem Rücken sogar die Insel Suu zu tragen, welche zu den Verbündeten des Kozuki-Clans gehören. Während Tsunisha sich also so unauffällig wie möglich Onigashima weiterhin nähert, ist Ruffy gerade dabei gegen Kaido zu kämpfen und dieser Kampf wird in die Geschichte eingehen. Ich weiß, einige von euch schreiben immer noch, ey Kaido, ich hätte da irgendwie mehr erwartet. Ruffy besiegt ihn gerade und da muss ich natürlich direkt eingrätschen, Freunde. Wie kommt man zu der Annahme, dass Kaido irgendwie zu schwach sein soll, wenn man bedenkt, dass er gegen so viele Leute gekämpft hat? Natürlich nehmen wir viele Whitebeard als Beispiel, ey er war auf Marineford, seine Gegner waren die Dreandmirelde, ein großer Admiral, Leute wie Garp und noch viele mehr und er stand da wie ein Mann. Aber Freunde, vertraut mir, wenn Whitebeard so intensive Kämpfe hätte wie Kaido, dann hätte er auch langsam angefangen zu bröckeln. Denn wir sehen es, laut Yamato soll wohl die Insel langsam bröckeln und das zeigt, dass Kaido definitiv eines an Schaden einkassiert hat, auch wenn er das nicht nach außen hin zeigt. Denn das ist nun mal die Masche von den Charakteren, die gerade bekämpft werden. Bis zum Ende täuschen sie vor, als wären sie noch bei vollen Kräften, bis sie dann mit einer Attacke am Ende besiegt werden. So war es auch bei Crocodile oder Doflamingo. Jedenfalls hat Kaido auch noch einige Asse im Ärmel. Er hat im letzten Kapitel den Drunken Master Style rausgehauen. Diese Technik wird jedenfalls nochmal in der Story vorkommen, in Form von Vasco Schott. Und diese Attacken, die er dann ausführt, tun um einiges mehr weh, laut Ruffy. Es ist so aktuell, dass Ruffy sehr gut mithält und auch einige Schläge austeilt. Jedoch fehlt irgendwie der Fünkchen, der dazu führt, dass Kaido besiegt wird. Und dann kommt natürlich die Joyboy-Thematik ins Spiel. Es wurde bis jetzt aufgebaut, dass natürlich Teufelsfrüchte eine sehr wichtige Rolle in One Piece spielen. Sie können dazu führen, dass zum Beispiel ein Wille weitervererbt wird. Wir haben es bei Sabo und Ace gesehen. Sabo hat in gewisser Weise Ace Willen geerbt, in Form dessen, dass er jetzt die Feuerfrucht gegessen hat. Und wir können uns das vorstellen, dass jetzt die Gum-Gum-Frucht damals Joyboy gehörte. Und Ruffy auch hier den Willen von Joyboy nochmal manifestiert. In Form dessen, dass er zum einen natürlich die Gum-Gum-Frucht hat und zum anderen den Strohhut von Joyboy hat. Denn wir haben es vor Wano Kuni gesehen, dass Imsama sich den Strohhut anschaut, der exakt so aussieht wie Ruffy's. Nur, dass man hier einen Größenunterschied nicht abstreiten kann. Kaido scheint auch wegen King sehr interessiert an Joyboy zu sein und ist deshalb so lange in Wano Kuni geblieben. Er will eventuell gegen Joyboy kämpfen und es wäre halt sehr interessant zu sehen, dass jetzt der neue Joyboy Kaido besiegt. Und wie kommt Ruffy an die Kräfte? Ich denke, wenn Ruffy an seine Grenzen stößt und eventuell seinen Haki verliert, dass er dann durch den Strohhut oder durch seine Teufelsfrucht nochmal die restliche Energie bekommt, um den Kampf für sich zu entscheiden und eventuell für eine kurze Zeit wirklich immens stark ist. Jetzt kommen wir mal zu Zoro, Freunde. Man will gar nicht darüber reden, wie viele Verletzungen Zoro in Onigashima erleiden musste. Sogar bevor er in Onigashima war, hatte er schon Verletzungen an sich, die dann auch aufgingen und das in den ersten Minuten des Krieges, Freunde. Aber einige sagen, dass er sich im Nachhinein selbst verschuldet verletzt hat. Einige andere sagen, ey, es war doch die Schuld der anderen, die er retten musste. Aber eine Frage an euch, hätte sich Zoro 30 Knochen gebrochen, wenn er nicht versucht hätte, die Supernova zu retten? Das ist aber mal beiseite gestellt. Im Endeffekt war es gut, dass er sie gerettet hat, denn dadurch konnte der Krieg auch weitergehen, weil ansonsten hätten sie definitiv sehr schnell verloren, wenn alle anderen auch verletzt wären. Weil wer soll dann Big Mom übernehmen? Wer soll dann die Kommandanten übernehmen? Zoro hat sie gerettet, Kaido eine Narbe verpasst und dann noch gegen King gekämpft. Die Hauptkämpfe in Onigashima haben immer einen interessanten Hintergrund gehabt. Wir haben zum Beispiel Sanji gegen Queen, wo die Technologie im Vordergrund stand. Judge und Queen kannten sich. Queen hatte sogar die Technologie der Gama 66. Bei Jack gegen Inorayashi ist, denke ich mal, der Hintergrund bekannt. Jack hat damals so angegriffen mit dem Gift und dann kam es halt dazu, dass Nekumamushi Inorayashi demoliert wurden. Und dazu noch natürlich die anderen Minks. Genau so einen Hintergrund gibt es auch bei Zoro und King, jedoch wird dieser nicht sehr deutlich gemacht. King ist ein Lunaria, dessen Rasse von der Weltregierung ausgelöscht wurde. Wir haben selber gehört, Freunde, Informationen zu den Lunaria haben einen Wert von 100 Millionen Berry. Er musste sogar extra eine Maske anziehen, damit ihn keiner wiedererkennt. In was für einer Angst muss er da gelebt haben? Er hat Kaido vertraut. Er sagt sogar selber, Kaido wird der König der Piraten. Und das Ganze ist bei Zoro natürlich auch so. Er hat auch gesagt, Ruffy wird der König der Piraten. Aber das macht eine rechte Hand nicht aus. Er muss ebenfalls einen Hintergrund haben. Bei Zoro wird das Ganze natürlich mit Ryuma gleichgestellt. Erinnern wir uns zurück an den Flashback von King. Wir haben nämlich erfahren, dass King Abel heißt und damals in einem Forschungslabor von Vegapunk gefangen war. Kaido hat ihn gerettet. Wer aber Kaido gerettet hat, ist bis heute nicht bekannt. Aber ich denke mal, dass es Queen war, weil Freunde, es wurde ja gesagt, dass Queen auch mit Vegapunk gemeinsam geforscht hat. Jedenfalls hat Kaido King den Namen King gegeben. Und das bestimmt nicht einfach so. Kaido scheint irgendwas zu wissen über Joy Boy und seiner Geschichte. Das Ganze sollte auch bei Abel zutreffen, denn er ist womöglich sogar die Person, die Kaido über Joy Boy sozusagen informiert hat. Denn Lunarier kommen ursprünglich vom Mond. Wir haben ja immer mal wieder die Theorie gehört gehabt, es gibt ein vergessenes Königreich. Diese Theorie entstand dadurch, dass Dr. Kledbert damals in Ohara darüber sprach, dass es ein Königreich gab, welches sogar die Weltregierung fürchtete. Dieses Königreich war sogar eigentlich im Mond. Doch wir haben das Ganze nicht bemerkt, weil das Ganze einfach ein bisschen zu offensichtlich war. Wir haben gesehen, ihnen war auf dem Mond und dort waren einige Roboter-Piraten, Weltraum-Piraten, wie man sie auch nennen will. Es sind eigentlich Pazifister. Die Bauart dieser Wesen ist identisch mit der Bauart der Pazifister auf unserer Erde. Also muss die Vegapunk dorthin geschickt haben, damit man über das antike Königreich Informationen sammelt und es eventuell sogar findet, um ihre Technologie für sich zu beanspruchen. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass Abel Kaido erzählt hat, wie die Welt damals war mit Joyboy, Ryuma und allen anderen Auserwählten. Eine Welt, wo es keine Rassentrennung gab und wo er sich nicht verstecken bräuchte. So eine Welt will King, er will sich nicht verstecken, er will leben wie ein ganz normaler Mensch. Da Abel ein Schwertkämpfer ist und Kaido das sah, hat er ihnen deshalb den Namen King gegeben. King war der damalige Name, den Ryuma vom Volk bekam als der beste Schwertkämpfer theoretisch. Nur wusste er selber nicht, dass er so genannt wird und suchte die ganze Zeit nach King, um gegen ihn zu kämpfen. Doch die Legende überliefert natürlich, dass Ryuma King genannt wurde. Es ist, denke ich mal, nicht abzustreiten, dass King der beste Schwertkämpfer in Wano Kuni oder besser gesagt in Onigashima war. Und deshalb hat der Name King auch wirklich sehr gut gepasst. Zoro hat ihn besiegt und somit theoretisch in die Fußstapfen von Ryuma getreten. Klingt ja ganz cool, aber was heißt das jetzt für den aktuellen Storystrang? Wir haben Zoro, der schon seit Thriller Bark aufgebaut wurde, hier die Reinkarnation von Ryuma darzustellen oder eventuell sogar den Nachfahren. Ab dem Punkt, wo er das Shizui bekam und Kinemon traf, wurde das Ganze nochmal vertieft. Als er dann auf Wano Kuni auftauchte, wurde ihm das Shizui geklaut von Gyukimaru. Eigentlich heißt er gar nicht so, Freunde. Er heißt Onimaru und ist ein Komagizune und war einst der Wegbegleiter des ehemaligen Daimyo Shimotsuki Ushimaru, welcher bekannt war dafür, dass er der Nachfahrer von Ryuma ist. Sie haben beide dieselbe Blutgruppe XF, deshalb kann das nur stimmen. Und nachdem dieser gestorben ist, hat er gemeinsam mit Kawamatsu zusammen die Gräber von Ringo bewacht. Dabei benutzte Kawamatsu den Decknamen Gyukimaru und als dann dieser bei einem Diebstahl von Nahrungsmitteln erwischt wurde, übernahm von nun an Onimaru den Namen Gyukimaru und bewachte weiterhin die Gräber von Ringo. Er wurde bekannt als Waffensammler und hat sehr viel dazu beigetragen, dass die ganzen Samurai ausgerüstet werden mit Waffen. Und eins der letzten Sachen, die er geklaut hat, war eine Sense, und zwar die von Kamasu den Killer. Am Ende kam sogar heraus, es ist Killer selbst und aktuell kämpft er mit seinen normalen Waffen. Jedenfalls hat damals Onimaru Zouro als nicht würdig gehalten, das Shosui zu schwingen. Nachdem er gesehen hat, dass Zouro jetzt King besiegt hat und in die Fußstapfen von Ryuma getreten ist, sollte er seine Meinung geändert haben. Denn selbst Kawamatsu und Opa Hiro haben gesagt, Zouro erinnert sehr stark an Ushimaru und Ryuma. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Person, die gerade vor Zouro steht, mit einer Sense Onimaru ist, der die Sense von Kamasu gerade in den Händen hält. Der Grund, warum er ihn angreift, sollte kein Geheimnis sein. Wir haben es ja gesehen gehabt, als Zouro gegen Kamasu gekämpft hat, ist er auch die ganze Zeit in den Kampf gekommen und hat Zouro angegriffen. Er wollte Zouro in gewisser Weise testen und ihn sagen, ey, achte doch mal auf sein Umfeld. Jederzeit könnte jemand kommen und ich denke, dass es auch sowas ähnlich ist. So ein Gag-Angriff. Er will sagen, ey, du hast gerade gegen King gewonnen und wieso lässt du jetzt gerade deine Deckung fallen? In jeder Zeit könnte jemand kommen und dich umbringen und das wird so ein Zeichen, dass er ihn so langsam anerkennt und ihn eventuell sogar das Shizui geben will, wodurch er sein Ryuma-Power-Up bekommt. Weil Zouro kennt sich jetzt mit den schwarzen Klingen aus und könnte eventuell die Macht im Shizui freischalten, die damals Ryuma für ihn gespeichert hat. Doch mich würde eure Meinung interessieren, was glaubt ihr, wird jetzt mit Zouro passieren? Wird er nochmal aufstehen? Wird er jetzt sein Power-Up bekommen? Oder war es das mit der rechten Hand von Ruffy? Wie wird Ruffy Kaido besiegen? All diese Fragen und nur Oder kann die Antwort liefern? Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit One Piece in Deutschland immer größer wird. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Kozuki One Piece.